Hallo, ein Smartphone im Design von einem iPhone, bisschen Galaxy S7 und Google Pixel Phone mit High-End Specs zu einem Preis von 399 Euro hält das Honor 8, was es verspricht. Ich hatte die Möglichkeit das Honor 8 zu testen und sage euch, ob es sich lohnt. Wie schon gesagt, das Honor 8 hat ein Top-Design, ist wirklich wie eine Mischung aus einem iPhone, Samsung Galaxy S7 und dem Pixel Phone von Google, besonders durch den Fingerabdrucksensor an der Rückseite, da komme ich aber später nochmal zu. Dann Glas auf beiden Seiten und Spezifikationen, also Technik aus diesem Jahr, also nicht vom 2014, 2015. Und trotzdem soll das nur 399 Euro kosten, beziehungsweise es kostet es auch. Ich habe es jetzt die letzten Wochen getestet und muss sagen, hey, ist ein super Android-Phone. Aber ein bisschen in die Tiefe gehen will ich doch noch. Es gibt nur für diejenigen unter euch, die sowas interessiert, im Moment drei verschiedene Farben. Das hier, dieses blau, dunkle blau, weiß und schwarz, aber angekündigt wurde ebenfalls schon ein komplett goldenes Telefon. Ist im Moment in, jeder braucht ein goldenes Telefon, ich habe auch ein goldenes iPhone. So, schauen wir uns als erstes mal das Design genau an. Dann schauen wir uns das Design des Honor 8 doch mal in Ruhe an. Glas auf der Front, Glas hinten. Hier ist der Fingerabdrucksensor, zwei Kameras, Belichtungsmesser und Dualblitz. Oben findet ihr noch ein Infrarot-Port, um zum Beispiel Receiver, Fernseher etc. zu steuern. Und ein zweites Mikrofon. An der Seite, ganz klassisch, Entsperrknopf, Lautstärkewippe. Auf der Seite habt ihr Dual-SIM, beziehungsweise SD-Card und SIM. Unten, und das ist wichtig, es ist nur ein Mono-Lautsprecher. Dieser Mono-Lautsprecher, den brauche ich jetzt gar nicht zu demonstrieren, das kommt sowieso nicht so gut rüber. Aber der lohnt sich nicht wirklich. USB-C-Anschluss und ein Kopfhörer-Anschluss. Also kein iPhone 7, das ist schon richtig. Insgesamt ist das Glas schön an den Rändern geschliffen. Designmäßig kann man wirklich gar nichts meckern. Wollen wir mal gucken, wie sich das zum iPhone... Ein bisschen größer als das iPhone. Das ist jetzt ein 6. Aber die Ähnlichkeiten sind doch ziemlich deutlich. Jetzt, wo wir uns das Design angeschaut haben, geht es natürlich auch darum, hey, was steckt denn unter der Hülle? Ist ja schön und gut, wenn das toll aussieht, aber wenn ich damit nicht spielen kann, nicht schnell im Webbrowsen kann, nichts ordentliches machen kann, bringt mir der Preis von 399 Euro auch nichts. Der Octa-Core im Honor 8 leistet beeindruckende Sachen. Im Geekbench nicht viel weit hinter dem Samsung Galaxy S7. Die GPU ist für alle aktuellen Spiele absolut ausreichend. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass ich jetzt nur noch ein Ladegerät habe. Denn wir kennen das ja. Seit meinem Blackberry war es so, dass ich USB, dann später Micro-USB zum Laden nutzen konnte. Davon habe ich tausende von Kabel. Ich kann das überall tun. Das Honor 8 nutzt USB-C zum Aufladen und somit habe ich jetzt leider nur noch ein Kabel. Die Spezifikationen weiterhin sind ein IPS-Display in 1080p, also Full HD, Frontkamera in 8 Megapixel, zwei Kameras auf der Rückseite mit 12 Megapixel, nehmen aber kein 4K auf. Also wenn ihr ein Smartphone wollt, mit dem ihr 4K aufnehmen könnt, das tut mir leid, gibt es nicht. Die Kamera hier ist sehr, sehr gut, steht auch dem Huawei P9 eigentlich in keinem wirklich wichtigen Faktor nach. Das Huawei P9, die Spezifikationen sind fast identisch. Bei normalen Fotos hat man ein bisschen mehr Kontrast, ein bisschen mehr Farbdetail, aber die Kamera ist für alle uns Hobbyfotografen absolut ausreichend. Modi 1080p mit der Kamera aufzunehmen in 60 Frames per Second. Wir haben Timelapse, wir haben einen Selfie-Verschönungsmodus, der ein bisschen die Haut glättet. Das sind alles kleine Spielereien. Die sind alle ganz nett, aber ich wollte sie mal nennen. Mir sind sie nicht so wichtig. Wichtig war mir 1080p in 60 FPS, aber kein 4K. Das System ist mit 32 GB internem Speicher ausgestattet, könnt ihr aber über MicroSD erweitern bis zu 256 GB. Dann verzichtet ihr eigentlich auf Dual-SIM. Denn das Telefon kann Dual-SIM oder eben SIM und MicroSD-Karte. Das ist aber normal in dem Bereich. Was mich ein bisschen stört, aber das ist bei vielen Telefonen heutzutage so, ist, dass der Akku integriert ist. Ihr könnt den Akku nicht rausnehmen, also wie beim iPhone. Er lädt relativ schnell und der Akku hält wirklich lange. Ich habe das über eine Woche immer im Dauerbetrieb gehalten. Die ersten Tage ging es so um die 24 Stunden, also ungefähr einen Tag. Auch unter Dauerbelastung am Tag, in der Nacht natürlich nicht. Da habe ich geschlafen. Später waren es dann 27 Stunden. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Pokémon GO natürlich dafür sorgt, dass der Akku sehr viel schneller leer geht. Hä? Welches Telefon kann Pokémon GO unendlich lange powern? Wenn ihr also Pokémon GO spielen wollt, dann wird es halt weniger Laufzeit haben. Akkuleistung ist also gut. Das IPS-Display ist super, super brillant und die Farbwiedergabe ist toll. Ich bin ein Fan von IPS-Displays anstatt AMOLED-Displays. Aber das ist persönliche Präferenz. Ich finde, dass die Farben noch besser zu sehen sind. Das Display ist ein IPS-Display in Full HD. Und reagiert extremst smooth. Wunderbar. Ich mag die Brillanz von IPS-Displays sehr gerne. Jetzt wollen wir nochmal gucken. Einfach mal ein YouTube-Video laufen lassen. Der Betrachtungswinkel ist übrigens gut. Also, er ist vielleicht nicht perfekt, aber er ist wirklich gut. Kann man nichts meckern. Optionen gibt es genug. Im Videomodus kann man sowohl Zeitraffer als auch Superzeitlupe einstellen. Es gibt Modi für Nachtmodus voreingestellt. Es gibt professionelle Fotos, was ich für nicht so gut halte, weil ich manuelle Sachen schöner finde. Video verschönern. Das ist einfach ein Modus, wo etwas geblurrt wird ein bisschen, damit keine Falten kommen. HDR ist klar, Zeitraffer, alles klar. Wie man sieht hier, Auflösung ist einzustellen, GPS-Tagging, alles was es so gibt. Mit Timer und Audio-Steuerung etc. Gibt es alles. Ist alles dabei? Wunderbar. Okay, fassen wir zusammen. Das Honor 8 ist ein Top-Smartphone. Zu einem echt günstigen Preis. Also 3,99 ist jetzt nicht nichts, aber dafür kriegt man, glaube ich, im Moment noch nicht mal ein älteres iPhone. Es ist wirklich schön designt. Es hat neueste Technik. Es hat ein paar Sachen nicht, unter anderem 4K-Aufnahme, die ich mir gewünscht hätte, aber für 3,99 ist das auch okay. Es ist in verschiedenen Farben verfügbar. Wie gesagt, in Deutschland im Moment in diesem Blau hier, in Schwarz und in Weiß und bald auch in Gold. Die Ankündigung ist da. Ich weiß, dass es im Ausland schon in Gold verfügbar ist. Ihr habt da also auch genügend Optionen. Ihr könnt das Telefon vom Speicher her extrem erweitern. Die Spiele-Performance ist super. Das Display ist super. Farben-froh, farb-treu ist nicht ganz so wichtig. Ich finde, es ist sehr brillant. Dadurch, dass wir hier nicht im Schnitt arbeiten, wo jede Farbe ganz genau sein muss. Es gibt viele, viele Funktionen, die wichtig sind. Das Ganze läuft auf Android 6. Und wenn ich mir das so anschaue, die Specs sind super. Octa-Core haben wir ja schon drüber gesprochen. Marshmallow als Betriebssystem, also die neueste Version. Der Fingerprint-Sensor, übrigens dazu wollte ich noch was sagen. Normalerweise ist es so, hier ist ja der Sensor. Wenn ich jetzt da raufgehe mit dem Finger, entsperrtes Telefon. Man kann das auch so belegen, dass verschiedene Funktionen durch mehrfaches Antippen oder auch durch Halten ausgeführt werden. Wie zum Beispiel einmal drücken ist Musik, zweimal ist WhatsApp oder Halten und Streichen ist Kamera. Könnt ihr alles machen, überhaupt kein Problem. Muss ich mal zusammenfassen. Ganz einfach. Für 399 Euro, das ist nicht wenig Geld, aber es ist in diesem Segment doch sehr wenig Geld. Für 399 Euro kriegt ihr ein High-End Smartphone mit ganz kleinen Schwächen. Und habt auch noch die Möglichkeit, echt schönes Design zu kriegen mit Glas überall. Wunderbar. Ich muss sagen, mir hat das Honor 8 sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt es euch mal an. Im Store von Huawei und Honor, das ist die Website hhonor.com, da werdet ihr automatisch auf die deutsche Website beidergeleitet. Ich packe es auch nochmal nach unten in die Anmerkung. Könnt ihr euch das nochmal genauer angucken. Ich hoffe, euch hat dieses Review gefallen. Ich habe es relativ kurz gehalten, weil wir jetzt nicht in die Tiefen gehen wollen, wie ist dieser Prozessor. Aber ich kann nur sagen, es ist 2016er Technik, es ist keine alte Technik, es läuft super, es ist schön designt und es ist ein gutes Paket für 399 Euro. Wenn ihr ein neues Handy sucht auf Android-Basis, no brainer. Gar keine Frage. Ich wünsche euch noch was. Ich freue mich über Kommentare, hätte ich mir in die Tiefe gehen sollen. Ich freue mich über Likes. Und ich freue mich natürlich darüber, wenn ihr abonniert, dann bekommt ihr immer die neuesten Videos. Am Ende dieser Woche gibt es übrigens, deswegen gab es diesen Montag kein dezidiertes Video, gibt es endlich das Titanfall 2 Video Review. Denn jetzt habe ich die Singleplayer-Kampagne durch und einige Stunden im Multiplayer verbracht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich euch bald mal wiederzusehen bei mir. Bis dann. 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 Vielen Dank.